Hallo, herzlich willkommen zu Trees of Life Statements und heute bin ich hier im wunderschönen Mannheim und neben mir sitzt der Michael Herberger. Hallo, servus. Sagen wir doch erstmal den Leuten kurz, wer du bist, weil ich glaube, die meisten kennen dich eh vom Sehen über The Voice of Sehen. Ja, klar. Ja, The Voice of Germany an der Seite von Sevier. Es haben ja so viele geguckt, dass ich glaube, dass der Fokus momentan leider darauf liegt, aber die eingefleischten Söhne-Fans und Sevier-Fans, die wissen, was der Michael sonst noch alles macht. Und da brauchen wir gar nicht viel zu sagen, oder? Ja, ich weiß, was ich mache. Ja, das ist das Wichtigste. Ja, finde ich auch gut. Mir macht Spaß. Gut, kommen wir lieber jetzt zu Trees of Life. Okay. Und zwar sammle ich immer meine Statements von verschiedenen Leuten und heute deswegen bei dir hier. Und mich interessiert, was gefällt dir an Trees of Life am besten? Ich finde es toll, dass du was gefunden hast in dieser schnelllebigen Zeit, in der wir leben, wodurch man quasi, wenn wieder mal schnell der eine Gedanke verhuscht und der andere kommt, man eben diesen Moment ergreifen kann, wo man sagt, hey, ich habe jetzt gerade Bock darauf, mal fünf oder zehn oder hundert Bäume zu pflanzen, weil eben hat mir jemand 100 Euro geschenkt oder einfach, weil ich gerade Lust drauf habe und dann nehme ich mein Smartphone oder gehe auf die Homepage und mache das gleich. Das finde ich eine super Sache. Also deswegen finde ich das auch so toll und einzigartig und ich glaube, die guten Ideen sind immer die, die zur richtigen Zeit geboren werden und ich bin mir sicher, das ist einer davon. Toll. Danke dir. Gerne. Ich glaube das auch. Jederzeit. Ich glaube das auch. Da sind wir schon zu zweit, mindestens. Sind wir schon zu zweit. Da sind mindestens zwei Baupflanzen gleich für die Idee. Genau. Und ein paar von euch haben wir auch schon gepflanzt, also von dem her sind wir ja nicht ganz alleine. Und tragt es in die Welt hinaus. Ja, alleine schaffen wir es nicht, wir schaffen es nur alle gemeinsam. Und vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und pflanzt Bäume, das ist ja eigentlich... Und pflanzt Bäume, letztendlich, genau. Richtig. Ja, ist so schön bei den anderen Leuten, wir sind jetzt hier raus, wir sind fertig. Hajo. Hajo. Und ihr macht noch ein bisschen Musik und wir machen jetzt Schluss. Bis dann. Ciao. Ciao.